ich grüße dich und danke dir für dein interesse da bin ich schon wieder zunächst mal vielen dank für den zuspruch und für die netten kommentare das baut mich wirklich auf ehrlich ja ich möchte nur kurz erzählen was jetzt mit youtube gelaufen ist und zwar kurz nachdem ich mein letztes video hochgeladen hatte habe ich gesehen dass youtube mir die in die monetarisierungs berechtigung entzogen hat so dass und zwar für den gesamten kanal so dass ich also keine werbung mehr schalten kann beziehungsweise keine videos monetarisieren kann was ich ja sowieso nur bei alten videos aktiv habe jedenfalls war die begründung von youtube eben wiederverwendung von inhalten also wiederverwendete inhalte mit der erklärung dass das eben ohne erkennbaren mehrwert sei und dem als möglichkeit was ich tun kann entweder beschwerde einlegen per video oder sogar formular oder eben zweitens die beanstandeten inhalte zu löschen und dann sich neu zu bewerben beim youtube partner programm ich habe den video beschwerde weg gewählt und da gab es dann noch ein paar voraussetzungen du musst innerhalb der ersten 30 sekunden die kanal url einblenden du musst dich selbst zeigen und du musst deinen youtube dashboard zeigen also das studio und eben du sollst über die über deine videos und über deinen kanal im allgemeinen sprechen und da stand extra dabei du sollst dich nicht nur auf die beanstandeten videos beziehen wobei ich ja gar nicht wusste welche videos genau beanstandet waren das haben sie ja nicht genannt und es darf maximal nur fünf minuten gehen das video und du musst eben sozusagen beweise liefern für dass du sollst zeigen wie du die videos machst oder sollst filmaufnahmen zeigen wie die du gemacht hast also man muss glaubwürdig darlegen dass man tatsächlich ein aktiver youtuber ist und man muss das auf in folgenden sprachen machen englisch französisch italienisch russisch chinesisch indisch indisch indonesisch bengali pakistani portugiesisch spanisch und noch viele weitere sprachen aber kein deutsch es gibt also bei youtube niemanden der deutsch versteht wenn ein kunde sich beschweren möchte gut dann habe ich es halt auf englisch gemacht und dann eben hello youtube here is my complaint video dann erklärt warum meine videos sehr wohl value haben und dass es wiederverwendete inhalte streng genommen gibt aber dass ich eben viel arbeit investiere um eine korrekte übersetzung zu machen und nicht irgend so eine dass man sich auf den algorithmus eben nicht verlassen kann und dass das die leute sehr zu schätzen wissen und ja dass zum beispiel auch der harry mikowski sich bedankt hat für die übersetzung des interviews sie sollen noch mal im kommentarbereich nachschauen und dann habe ich noch ja dann eben an dem anderen video borbitomagus gezeigt hier und jetzt schaut mal bei mir habe ich mein final cut pro gezeigt wie ich dann das video mache und so weiter bla 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 warum erzähle ich warum erzähle ich das euch einfach weil ich das ergebnis interessant fand denn ich habe noch dazu gesagt ich versuche hier barrieren abzubauen zwischen ländergrenzen und sprachbarrieren und kulturellen grenzen und by the way sind die videos bei denen ich fremde quellen genommen habe die sozusagen video seitig kopiert sind oder zumindest ich mich da bedient habe dass die sowieso nicht monetarisiert sind ja und ein tag später war tatsächlich mein youtube partnerprogramm wieder freigeschaltet ich wollte nur kurz lange rede kurzer sind rüber bringen tatsächlich youtube hat anerkannt dass es oder gibt sein okay gibt mir sein okay wenn ich videos wieder verwende aber eben mit einer gescheiten übersetzung und ja ich werde auch weiterhin meine neuen videos nicht monetarisieren weil ich einfach euch nicht zumuten will das sage ich jetzt nicht warum ich so toll war damit ich so toll klinge sondern weil es mich selbst nerven würde ich weiß wie furchtbar die werbung ist es ist halt auch die art und weise der werbung und da könnte man jetzt noch weiter ausfüllen wir sind uns unsinn von werbung oder warum werbung schalten und warum nicht oder ob warum überhaupt mit youtube zusammenarbeiten und so weiter kann man lange diskutieren auch ist es ja nichts schlechtes wenn man zum beispiel reichweite generieren will youtube unterstützt aber keine nicht monetarisierten videos weil es daran kein geld verdienen kann deswegen kommen die auch nicht so schnell in irgendwelche trends rein also wäre es eigentlich besser wenn ich sie monetarisiere und euch sage brave browser brave browser seit fünf jahren sage ich das und der funktioniert bis heute einfach nur installieren fertig jetzt verplapper ich mich youtube hat also meine beschwerde angenommen und ich darf wieder monetarisieren tue es aber nicht sondern nur bei den alten videos die sind weiterhin mit werbung vielleicht werde ich da mal müsste ich mal aktualisieren und ein paar erst ein jahr alte videos dann auch anfangen zu monetarisieren und ich kann natürlich ein mitgliederbereich jetzt machen um dann eben mitgliedschaften mit monatlichem beitrag zu machen dafür eben diejenigen einen mehrwert bekommen exklusive inhalte und so weiter was ich ohne viel aufwand produzieren könnte wären eben lesungen aus interessanten büchern aber alles andere da kann ich nie genau sagen wie lange das dauert weil ich nicht weiß wie viel zeit ich habe um das nebenher zu machen also noch mal vielen lieben dank für den zuspruch und ich arbeite weiter im nächsten teil dann hatten noch einige geschrieben ich soll doch zu telegram gehen ja da bin ich auch seit 2018 und übrigens haben dort die videos mehr aufrufe als bei youtube zumindest in den ersten 24 wobei es bei telegram nicht klar ist ob jemand das nur ob das video wirklich geschaut hat geht daraus nicht vor sondern nur dass er den post gesehen hat ich glaube schon dass die meisten dann auch das video anschauen wenn sie einen post mit einem video sehen ich würde es zumindest so machen warum soll ich mir so einen post anschauen stopp ich rede zu viel macht's gut bis bald